Heute zeige ich dir, wie du durch den etwas ungewöhnlichen Einsatz eines Match-EQs Frequenzprobleme in deinem Mix ausfindig und schnell beheben kannst. Einen Match-EQ setzt du normalerweise dafür ein, um die Referenzkurve deines Mixes an die Referenzkurve eines professionellen Mixes anzupassen und deinen Mix dadurch etwas moderner und aufgeräumter klingen zu lassen. Mit einem Match-EQ kannst du aber auch genau das Gegenteil erreichen, nämlich unliebsame Frequenzen schnell ausfindig machen und diese dann absenken. Wie das funktioniert und was ich genau damit meine, das zeige ich dir jetzt im Projekt. Hören wir als erstes mal kurz in dieses Beispiel hier rein. Das hört sich soweit alles schon mal ganz gut an. Allerdings habe ich ein Problem ausgemacht, um das ich mich jetzt mal kümmern möchte. Ich schalte mal hier die Vocals-Solo und dann diese Rhythmus-Gitarren hier Solo. Ich mag diesen Gitarren-Sound sehr, der klingt richtig gut und auch die Vocal-Produktion ist schon ganz gut. Allerdings habe ich den Eindruck, dass diese Gitarren, diese Rhythmus-Gitarren teilweise die Lead-Vocals maskieren, wenn es um die Frequenzbereiche geht. Das heißt, die Vocals versinken immer mal wieder so ein bisschen hinter diesen Rhythmus-Gitarren. Und das möchte ich jetzt, dieses Problem möchte ich jetzt lösen, und zwar indem ich Frequenzen in den Lead-Gitarren, äh, in den Rhythmus-Gitarren, Entschuldigung, absenke, die wichtig für die Lead-Vocals sind. Und hier kommt jetzt unser Match-EQ ins Spiel. Wir machen folgendes. Ich lade hier diesen Match-EQ rein und was ich jetzt mache, ist, ich hole mir die Frequenzkurve von den Lead-Vocals zunächst mal. Ganz normal, wie man ein Match-EQ einsetzt. Und dazu side-chaene ich diesen Match-EQ hier und ich suche mir die Lead-Vocals raus. Die sind hier. Und jetzt lassen wir uns hier als Referenz die Frequenzkurve aufzeichnen von den Lead-Vocals. Das ist zunächst mal der erste Schritt. Ich gehe einfach auf Learn und lasse es ein paar Takte laufen. Okay, das ist die Frequenzkurve oder das sind die Frequenzen, in denen sich die Vocals hauptsächlich aufhalten. Was ich jetzt mache, ist, ich drücke auf Match und jetzt gleicht er die Frequenzkurve meiner Rhythmus-Gitarren an die Frequenzkurve der Vocals an. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil ich ja genau das Gegenteil will. Wir können mal kurz reinhören. Ja, das wollen wir natürlich nicht, wir wollen genau das Gegenteil. Der Vorteil ist jetzt, dass ich hier sehe, wo sich die Lead-Vocals hauptsächlich aufhalten. Und da der Match-EQ jetzt hier in meine Rhythmus-Gitarren geladen ist, kann ich jetzt einfach das Gegenteil von einem EQ-Match machen. Und zwar ziehe ich einfach die Frequenzen raus, die für die Vocals wichtig sind. Das mache ich über diesen Slider hier. Ich passe also nicht die Frequenzkurve der Rhythmus-Gitarren an die Lead-Vocals an, sondern ich mache genau das Gegenteil. Ich senke die Frequenzen, die spezifisch jetzt für diese Vocals sind, ab. Und da fährt man meistens bei so zwischen 30 und 40 Prozent ganz gut. Und jetzt sollten die Frequenzen freigeräumt sein in den Rhythmus-Gitarren, in denen sich hauptsächlich die Lead-Vocals aufhalten. Ich lasse es mal laufen und dann fahren wir langsam hier diese Frequenzen runter, die wir in den Rhythmus-Gitarren nicht so sehr haben wollen. Und hörst du, wenn ich die Frequenzen rausziehe, die wichtig, also wenn ich bei den Rhythmus-Gitarren die Frequenzen rausziehe, die wichtig für die Lead-Vocals sind, wie sofort Platz geschaffen wird für die Lead-Vocals, wie viel besser die auf einmal, jetzt durch den Mix haben wir jetzt nicht gehört, aber wie viel besser sie sich gegen diese Rhythmus-Gitarren durchsetzen. Ich kann es gerade nochmal machen und zwar als Direktvergleich. Ich schalte erst den Match-EQ aus, wo die Frequenzen rausgezogen sind und dann wieder an. Und schon haben wir unglaublich viel Platz, für die Lead-Vocals geschaffen und die unliebsamen Frequenzen aus den Rhythmus-Gitarren rausgezogen. Wir sind aber noch nicht ganz fertig, wir müssen noch ein paar Feineinstellungen vornehmen. Übrigens, wenn dir das Video bis hierher gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben oder wenn du das Video mit jemandem teilst, der sich dafür auch interessieren könnte. Was wir jetzt noch machen sollten, ist diesen Button hier betätigen. Das ist in Logix, in Logix-Match-EQ so. Das sollten aber andere Match-EQs auch haben. Das heißt Fade-Extremes. Also die extremen Frequenzabweichungen hier oder Angleichungen in dem Fall, die möchte ich gerne raushaben. Und dann beschneide ich die Sache auch noch. Also hier ungefähr ab 100 Hertz ist es so, dass die Vocals tatsächlich, dass es für die Vocals tatsächlich wichtig ist. Und dann beschneiden wir hier oben auch noch so ein bisschen, so dass wir wirklich nur diesen Frequenzbereich hauptsächlich bearbeiten, der wichtig ist für die Lead-Vogals und den wir somit freiräumen können. Wenn du dich für die Arbeit mit dem Match-EQ interessierst, dann empfehle ich dir dieses Video hier unten. Da zeige ich dir, wie du ein Match-EQ auf dem kompletten Mix anwendest und somit deinen eigenen Mix der Frequenzkurve eines professionellen Mixes anpassen kannst, um noch ein bisschen näher an den Pro-Sound zu kommen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir einen Kommentar da lässt und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann.